So, willkommen zurück und jetzt die Antwort zur Frage, was werde ich jetzt tun? Hm, was werde ich tun, was werde ich tun? Flammenwerfer, schatz deinen Abgang mit dem Flammenwerfer direkt ins Gesicht. Direkt mit deinem kleinen Schweinsäuglein. Sag mal Queek. Oh ja. Bye bye. Ah ne, du hast ja noch einen. Einen hast du noch. Fällt mir grad auf. Hier, bitteschön. Hau rein. Sag mal was, sag mal, komm sag mal was. Halt. Sag was anderes. Ähm. Sag noch was. Er fällt nicht sein. Sag noch mehr. Er fällt aber nicht sein. Rede mit ihnen. Rede mit ihnen. Rede mit ihnen. Hilfe. Ja genau, Hilfe. Wieso Hilfe? Hallo. Ne, also komm, rede mit unseren Zuschauern. Rede mit ihnen. Sie möchten mich hören. Ich bin überfordert. Oh jö. Ähm, ja. Auf Ende, was kann ich Ihnen machen? Was hab ich denn? Du hast ein, äh, Raketenwerfer. Hey, ich kann an das. Wow. Heftig. Hm? Oh, Leck, was macht er? Keine Ahnung. Entspitzen. Oh, das geht auf mich. Ja, das find ich nicht lustig. Ja, also auf Grau. Kommt noch nicht zu D3. Oh, das find ich nicht lustig. Ähm, ja. Ein Ei. Äh, wer hat ein Ei gesagt? Ne, Ei Ei. Also Ei Ei. Zwei Ei. Hat zweimal Ei gesagt. Nein, nein. Kommt. Ach, du bist du. Nein, ich hände nicht ins Minenfeld. Doch, sagst du aber. Bevor ich ins Minenfeld trenne, werde ich dich töten. Nein. Doch. Nein, will aber nicht. Oh. Will nicht. So, du bist ein Kleinkind geworden, oder? Und ich klau dir deine Kiste. Kommt in die Hüte. Und, sagst du? Küsst ihm. Feuer. Oh nein, das tut weh. Tja, würde mir auch wehtun. Mein Schatz, sie hat verloren. Mein Schatz, sie hat verloren. Drei, zu, eins. Ich zwick dich. Oh, 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 sie zwickt mich. Oh, 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 sie hat mich gezwickt. Oh, oh. Das ist heftig. Tja, Schatz. Du weißt, was... Oh, jetzt hörst du mal auf wie sie zwickt. Du weißt, was Rache ist? Also, was du jetzt tun musst? Ja. Also, sobald das Match hier vorbei ist, muss sie passend zum Spiel gründen. Genau, und jetzt hast du mir meine Freunde versorgt. Haha. Wie ein Set was. Toll. Du musst zehn Sekunden lang ins Mikro grunzen, aber so richtig wie eine kleine Sau. Ja. Hm. Das ist das immer bestätig. Hey. Komm schon. Ah. Nein. Nein. Ich weiß nicht, nachdem du draußen bist, macht das dir auch irgendwie gar keinen Spaß mehr. Ich laufe. Aber nein, der kommt wieder schon im Tritt, meinst du... Also, bist ja jedes Mal dann gewonnen. Schon. Das wäre heftig. Jetzt, jetzt, geh was wurscht. Nein. Haha. Nein. Nein. So kann es passieren. Das war bescheuert. Ja. Scheiße. Okay, good. Wer in die Änderung viel einfach gewesen wäre, ja. Feuer! Outsch. 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 Aber wie man sich in den Brechen machen, ja. 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 Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch ziemlich am Ende mal wieder hat eigentlich auch groß keinen Sinn mehr aber gewonnen habe ich trotzdem gegen dich Näh da weiß ich auch nicht mehr was ich drauf sagen soll ja ja nein da ich lebe noch nicht mehr worum aber ich bin Dich nehme ich noch mit. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Unser Quickel. Ja, er läuft. Bin zu fällig konserviert. Mehr oder weniger. Ja. Deine Schuhe stehen noch. Ja, ja, ja. Schuhe. Ich brauche, ich brauche sie immer noch dampfen. Ich meine, sie sind im Kühlschrank. Ja schon. So. Ausch. Und ich bin tot. Okay, aber trotzdem steht es 3 zu 1. Drei Siege für mich. Einen für Dich. So, du bekommst jetzt das Mikrofon. Dann zähle ich bis 3 und dann musst du grunzen wie eine Sau. Aber so richtig. Haben wir uns verstanden? Ja. Okay. Okay. Oua. So ein Haar. Drei. Zwei. Eins. Und los. Komm schon. Grunds mal Hallo YouTube. Jetzt mach schon. Ich kann von heute Lachen nicht mehr grunzen. Jetzt. Ja, du musst jetzt kurz mal Hallo YouTube. Grunds mal Hallo YouTube. Wow. Ähm. Ja. Weiter. Weiter. Grunden. Hopp. Wer ist der Verlierer? Du. Wer ist der Verlierer? Na. Schon. Ja. Ja. Und nochmal Grund. Und jetzt nochmal so richtiger Grund am Quieker. Ja. Komm schon. Jetzt aber nochmal so. Du bist so peinlich. So peinlich. Naja okay. Also ähm. Das war so der kleine Wettstreit. Für das nächste Mal. Für den nächsten Wettstreit zwischen meiner Freundin und mir. Überlegen wir uns eine bessere Strafe. Das kam jetzt einfach so ein bisschen plötzlich. Und wie ihr merkt war das auch nur. Ja. Irgendwie ein bisschen mehr spaßig als peinlich. Ähm. Ja. Grund zum Fall. Grund. Genau. Ähm. Ja. Also ich hoffe es hat euch gefallen. Unser kleiner Wettkampf. Irgendwann wird es bestimmt noch den nächsten geben. Aber dann nicht zu frontspannend. Sondern zu irgendwas anderem. Ähm. Wie gesagt. Also für diejenigen die meine Videos geguckt haben. Vielen vielen Dank. Ähm. Finde ich echt super toll. Hey. Ich hab schon 19 Abos. Finde ich echt genial. Also ich bedanke mich fürs angucken. Und ähm. Schaut doch meine anderen Videos an. Ich wünsche euch wirklich was. Vielen Dank fürs Schauen. Hab euch lieb. Ein letzter Kuntzer. Nochmal. 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 Okay. Also Leute. Macht's gut ja. Tschüss.